hallo leute und herzlich willkommen zurück bei wo sind wir hier wo sind wir denn hier wir sind bei deine mutter harten riesen kock karussell was tut man nicht doch ich bin da eben schneller drauf gewesen nein das ist das fenster was dich schneller macht ach ja stimmt war ja was so gut die so ich mache mir jetzt hier schicke boots wir teilen das sanit jetzt auf aber aber ganz brüderlich doch du kriegst aber ich will kein sanit ich will aber kein sanit dieses scheiß sanit Jonge hier du kriegst ein sanit heim oder ich danke schön ich hab aber schon Schuhe oder Hose willst du Hose ich hab meine eigene Hose ich hab sie du kriegst noch eine ich hab mir weiter sanit ich hab vier Holystone ja zwei drei ich brauch drei du hast sieben Holystone was willst du mich an ich hab sogar noch ein Stack im Inventar das finde ich aber nicht schön dass du mich einfach so anlügst ja unser vertrauensverhältnis ist jetzt auf ewig gestört genau so sieht's aus klingt komisch ist aber so warum habe ich jetzt schon wieder eine wooden pick gibt's dir alles ich würde nicht rausgehen warum ich werde nicht rausgehen geh einfach nicht raus hast du dich hier runter gegraben in meiner kleinen Höhle jein eventuell ja der wollte er weiß was was hast du hier was hast du hallo ich bin hier ich hab hier nur eine wooden pickaxe wenn man Stein abbaut der kriegt man doch Ambrosium nur manchmal glaube ich ich hab das jetzt zum 200.000 mal Trillionen 212 und 3 ja manchmal kriegt man es ja nie äh äh Dingens hier Ambrosium also ich krieg's ja auch manchmal aber nicht immer mit der stein fixaxe spittys bedingten ja genau ey ist ein echt knorker Typ hallo ich bin's ich bin's hallo soll ich geh wieder hoch das ist heute geworden nein hallo halt dein Mund halt dein Maul heißt das bitteschön halt dein Mund das heißt halt dein Maul und es ist eine geile Single im Übrigen das Album ist nicht so der knorker Shit aber ich sing das geil Helikop ja hast du sie überhaupt angehört was hab ich mir angehört na halt dein Maul was ist halt dein Maul du weißt schon sofort was ich sag ja natürlich hab ich sie angehört aber ich mag sie nicht warum den Song den Song den Song den Song ja was denn sonst was denn sonst was denn sonst ich dachte schon die Typen die Typen sind ach so ja die finde ich auch nicht gerade gerade aber die sind auch Knorke das Ape Crime schlimmer er wird das glaube ich auch um so und hier kommt mal ich hab's aufgeladen aber aufgeladen ob aufgeladen warte mal kann man hätten sich den eigenen Nein m haben wir hier Eisen nein Wollen wir hier Eisen haben oder haben wir Schienen irgendwo Nein ich würd mich gern mal kurz umbringen und das Portal neu bauen ja mach mach also hier neu bauen dann weißt du ja mach 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 You understand what I mean Nein okay ich pack jetzt meine Sache raus wohin denn eigentlich ja hier die Kiste ist nicht groß genug für uns beide ich hab ne Doppelkiste gebaut unter der Treppe oh jetzt hab ich noch eine gebaut unsere Absprache muss besser werden okay warte kann man die hier vorsitzen? ne kann man nicht ne kann man nicht ne kann man nicht ne ah dann setz ich die hier hin ne ne warte mal das ist falsch gewesen gib mir vor heute ein Holy 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 Stone ich hab kein Holy Stone hier ist alles drin guckst du ach so ich bring mich jetzt um und dann also diesmal gewollt mach's aber ganz spektakulär mit Wolken blablabla ich hab doch Erfahrung du bringst mich immer wieder zum ich hab doch Erfahrung guck mal das ging doch das ging doch Fitti hey ich bin MC Fitti voll der Bart und auf dem Kopf ein Käppi yo was geht ab ich mach mit Facebook meinen Beruf zum Hobby hat der? hast du mir grad zugehört? ja ich mach was? 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 was hat aber lange gedauert jetzt? ich hab dir grad nichts zugehört genau das ich muss jetzt noch 3 Stunden überlegen was du grad gesagt hast das feier ich an dem Typen so allein diese Laien Alter ich mach mit Facebook meinen Beruf zum Mori geil das hat mich grad echt verwirrt alter ja oder äh zum Beispiel auch äh er sagt das so ich ähm warte mal wie ging das? warte ähm ich mach mal fest ich tune mein Auto mit Autotune oder sowas das ist aber total geil haha der war flach aber geil der war flach leider geil der war flach ich tune mein Auto mit Autotune hey was geht ab? ich mach mit Facebook meinen Beruf zum Hobby ist egal zu leiden überhaupt überhaupt so ich fahr mit bis ein bisschen closed down und dann können wir das Portal wieder aufbauen ja wie sieht's aus? will ich aber gar nicht alter ja dann müssen wir das da hinten aufbauen und dann müssen wir wieder weiterlaufen nein doch nein nein worüber reden wir eigentlich? weiss ich nicht ich fau hier jetzt das Portal ab damit ich closed down bekam so farme ich closed down mit dem closed down können wir dann unser neues Portal abbauen da hinten wie platzierst du eigentlich deine Kisten man? das ist ja peinlich das ist ja peinlich das ist doch eigentlich peinlich wo ist überhaupt deine Rüstung? ich mach mit Facebook mein Beruf zum Hobby what? äh wo hast du deine Rüstung hingetern? sag jetzt nicht du bist mit Rüstung runtergesprungen nein meine Rüstung hab ich dort reing... nein hast du nicht du bist ein Troll alter die liegt noch wenn du runter gehst wenn du bei uns den Hang runter springst ja an der Hausseite da liegt die irgendwo da unten an dem Hang warum sollte die am Hang liegen? ja weil ich weil ich da runter gepumpt bin äh schießt oh warte das kontrollierte sterben müssen wir noch üben oh scheiße oh scheiße oh scheiße ich glaub ich bin äh aha wer ist der master? äh ich nicht hallo oh ich hab zur nicht gefunden zur nicht oh scheiße hast du es gefunden? leck mir die Nüsschen ich bin gleich tot das seh ich nein bist du nicht das muss ich im Herzen ich weiss ich mach mit facebook mein beruf zum hobby ja dann komm ich nicht drauf klar jungen das hätte von spongeboss sein müssen ich weiß nicht von welcher seite du meintest wo deine rüstung liegt ja da bin wo du beim haus wo das haus so ein bisschen überragt da die seite wenn du da runter springst ach da jetzt ja oder ich hol es gleich selbst weil ich bin ja klar schon da da ne ne ich zieh die gleich an deine gebrauchte kleidung schiff verschwitzt und getragen schiss drauf ne ne natürlich da ist eine blitzwolke da will ich und ich mache jetzt erstmal tag aber das finde ich auch schön knorke nur hier ist keine rüstung ich komme gleich selbst ich mache mit facebook immer noch meinen beruf zum hobby was geht ab ich bin im sofiti und kackt gerade hier ist keine rüstung ich mache mit facebook mein beruf zum hobby die insel da hinten sieht ja mal über episch aus welche erdbeer pflanzen erdbeeren 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 pflanzen erdbeeren klingt wie so ne keine ahnung 6 und was hast du denn damit am hut womit mit 6 ich bin ein illuminati sag bloß ja so jetzt mache ich hier wieder schicke schnikel schnike hallo hast du dann hast du mein rüstungs gefunden oder nicht nö aber die muskh ja ungelingen weil ich hier gestorben bin ich bin ich hier aber nicht so eine Minimap Minimap Minimap, wie komme ich denn da hoch? Keine Ahnung, doch hier Kackvogel, Alter Kackvogel Ich mache aber auch mein Facebook, mein Beruf zum Hobby Oh, wo denn? Ah, hier Wie viele Minuten haben wir denn? Zehn Minuten, OMG What the fuck? OMG Ich muss den Techdown so viel zeigen, Junge Das ist doch die letzte Folge jetzt, weil dann haben wir es erstmal wieder Hast du mal eine Rüstung überhaupt gemacht? Natürlich habe ich deine Rüstung gemacht Junge, du bist doch mein Best Buddy Nach Nach Michael Jackson Das am Mund hat mich Naja, Michael Jackson muss jetzt zugeben Der hat ein bisschen Style Da kommst du nah dran, aber Okay, okay, dankeschön Also von wegen Kinder anfassen und so Aber er hat schon Er hat schon Style Ich wollte schon sagen, bin ich auch schwarz Michael Jackson war doch nicht schwarz Naja, halb schwarz Na, er war doch nicht schwarz War halb schwarz Nein Kann man sowas schwarz nennen? Man kann sowas ganz schwarz nennen Ich kann auch sagen Er war doch weiß Zumindest hat er das Umoperieren lassen Ich bin gestorben Ja, wollte ich gerade sagen Er war zuerst schwarz Und dann weiß Deswegen ja Ach, er war erst schwarz? Ich steigte da nie durch bei diesem Hä, wie soll er denn? Meinst du, er will sich schwarz machen? Nein, er hat sich weiß machen lassen Oder schwarz machen? Ja, genau Ja, aber schwarz Weißt du, schwarz ist doch hier einfach Was? Nein! Weiß ich nicht Kenn ich mich nicht mehr aus Schmierst du dir einfach ein bisschen Nutella unter die Haut Und dann ist gut? Alter Alter, das ist nicht gut Nein, hör auf Stell dir mal vor Du lässt dir Nutella tätowieren Alter Dann quillst du bestimmt so voll auf Wie so ne fette Schnecke Man macht keine Späße über Schwarze Und über Weißt du dir, dass ich Nutella unter die Haut geschmiert habe Um schwarz zu werden? Nein! Nicht so wie du es Definitierst Definitierst Alter, was ist los heute? Das kann ich nicht so definitieren Definitiv Definitiv Nee Wir kommen nicht drauf klar Kennst du den Typen? Das ist definitiv Das kann ich nicht definitieren Wo bin ich jetzt gestorben? Glowstone ist schon wieder weg Also dieser Ethan, der macht mich fertig Was für Glowstone? Ja, was ist denn los? Was ist Halluzination? Du hast einfach Halluzinationen, mein Freund Komm einfach klar, Bitch Eigentlich hatte ich los, so Und keine Halluzination Ach so Das ist natürlich was anderes Da fässt man auch keine kleinen Kinder ein Genau, so sitzt es nämlich aus Hast du überhaupt ne Ahnung, wovon wir reden? Nö Also Wollen wir bald mal in so'n Bosskampf Didgeridoo Ich krieg's noch nicht mal hin Hier auf der normalen Welt ohne Sterben Ja, dann mach ich alles und du stirbst einfach Genau Ja Wie wär's damit? So machen wir das Okay Okay Find ich gut Das kann ich so nicht definitieren Also Oh, ich hab hier 5 Sanit Was mach ich mir denn da draus? Okay Ist hier wer Ist hier jemand gestorben? Ja, du Hier riecht's so Ja Okay, ich hab den Glowstone wieder Jetzt baue ich das scheiß Portal Immer wieder alles Aus der Hand fliegt Was kann man aus 3 Sanit machen? Aus der Hand fliegt Vor allem Das kann ich nicht definitieren Äh So Was? Nein Also jetzt ist aber auch mal gut hier Was machst du denn so die Scherze über Schwarze? Was? Geil So Ich baue das Neta Ach, quatsch, das Neta Portal Ich sag schon Neta Portal Du machst mich völlig Erd Ähm Wie komm ich nach oben? Achso Hoffentlich gar nicht mehr Das kann ich nicht definitieren Oh Gott Hast du einen Eimer Wasser dabei? Was für einen Eimer Wasser? Einen Eimer Wasser Haben wir den da Bar Hi Einen Eimer nicht Hier Komm mal her Ah Setz ich die Glowstone hin Toll Okay Das Portal ist an sich so ein bisschen fertig So Ein bisschen Jetzt ist natürlich die Frage Wie wir das definitieren und anzünden Aber das machen wir in der nächsten Folge In der nächsten 15 Minuten Alter Ja Was? Bis zum nächsten Mal Tschüss Ciao Ja.